So, der Siegfried stellt eine Frage, sind die fortlaufenden Nummern bei Rechnungsstellung komplett? Ich finde zum Beispiel die Nummer 6891 und 6939 nicht. So, also, das Programm vergibt fortlaufende Nummern. Egal, ob ihr im Angebot, Auftrag, Rechnung, Lieferschein oder sonst wo seid. Es gibt fortlaufende Nummern. Wenn ihr ein neues Angebot oder eine neue Rechnung schreibt, hat dieses Angebot oder Rechnung erstmal keine Nummer. Das hat den einfachen Hintergrund, wenn ihr mit mehreren Leuten an dem System arbeitet, in einem Serversystem, machen im Zweifelsfall drei Leute ein neues Angebot auf. Wenn dabei schon Nummern vergeben würden, bricht jemand etwas ab und die Nummer wäre weg. Deswegen wird eine Nummer erst vergeben, wenn man auf Sichern klickt. Und zwar das erste Mal beim Sichern. Wenn man später nochmal das Ding öffnet, weil man nachbearbeitet, also vor dem Druck nachbearbeitet und sichert, wird nicht nochmal eine neue Nummer vergeben. So, das heißt, es werden zwangsweise neue Nummern vergeben. Es darf nicht sein, dass eine Nummer fehlt. Es kann auch nicht sein. Das ist im Programm nicht vorgesehen. Sollte jetzt eine Nummer fehlen, habt ihr folgende Möglichkeit. Das ist das, was ich grundsätzlich im Fernwartungssupport mache. Wir gehen dann zum Beispiel in die Rechnungsliste und wählen dann über das Menü Module den Punkt GOBD. Dort ist das GOBD-Protokoll. Da könnt ihr dann einfach mal nach der Rechnungsnummer schauen. Bis jetzt habe ich so ziemlich immer gefunden, dass eine Rechnung erstellt wurde, gedruckt wurde, danach gelöscht wurde. Warum auch immer. Rechnungen bitte nicht löschen, nur stornieren. So, das kann man im GOBD-Protokoll prima nachvollziehen. Guckt dort einfach mal rein, dann wisst ihr, wo die Nummer ist. Wenn diese Rechnung gelöscht wurde, stimmt euch ein Steuerberater ab, wie ihr das vernünftig dokumentiert, damit ihr bei einer Prüfung kein Problem gebt. Weil, wenn ihr eine Prüfung habt, bezieht sie sich nicht immer nur auf die Buchhaltung, die der Steuerberater macht, sondern es kann auch gut sein, dass das Vorsystem geprüft wird. Und das Vorsystem habt ihr in euren Händen. Das ist nämlich das Programm, mit dem ihr Rechnungen zum Beispiel schreibt. So, es kann nämlich auch sein, dass der Prüfer sagt, ich möchte das Vorsystem prüfen, dann will der von euch einen Export der Rechnungen haben. Und wenn er dann diesen Export überprüft, wird zum Beispiel eine Plausibilitätsprüfung gemacht, ob die Nummern fortlaufend sind. So, und wenn ihr dann so einen Fall habt, muss sauber dokumentiert sein, warum die Nummer weg ist. Und wenn ihr dann so einen Fall habt, muss sauber sein, warum die Nummer weg ist.